Sie küsste sanft ihr liebstes Spielzeug, bevor sie es zerbrach. Dann schlug sie sich voll dunkles Singsucht ins kalte Schlafgemacht. Sie holte leistens letztes Streichholz aus Vaters Schrank hervor. Warum hast du mir nie geholfen, schließt ihr Mutters Ohr. Ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Damit ihr wisst, wie es ist, in der Halle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach Erlösung zu schreien. Nur deshalb komm ich zurück mit zahmendem Blick. Ich nehm das letzte Streichholz und verbrenne eine schöne Heidewelt. Sie kochte sich die letzte Mal in Zeit, bevor sie sich erbrach. Dann sprach sie vor tiefer Abscheu ins schwarze Schlafgemacht. Ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Damit ihr wisst, wie es ist, in der Halle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach Erlösung zu schreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017